Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Für einen Schalker war das Remis gegen Kiel ja viel eher eine Enttäuschung als ein gewonnener Punkt. Dimitros Gramoz, der Coach, sprach im Nachgang Rodrigo Salazar und Thomas Overn an, von denen er etwas enttäuscht wirkte. Der Spieltag bot Schalke aufgrund von Paz und der direkten Konkurrenz die Chance, sehr wichtige drei Punkte zu holen. Auch die Vorzeichen waren gut, mussten die Gäste von Holstein Kiel doch mit mehreren Ausfällen von Stammspielern nach Gelsenkirchen reisen. Schlussendlich musste sich Königsbaub mit einem einzigen Ziel durch das 1 zu 1 Remis begnügen. Wir sind auf keinen Fall zufrieden, denn wir wussten, dass wir einen großen Schritt hätten gehen können, so Gramozis nach der Partie. Kein Team, das vor S04 in der Tabelle stand, hatte gewinnen können. Umso ärgerlicher, dass sich seine Truppe diesem Schicksal anschloss. Das übergeordnete Problem auf Schalke war, der S04 war von einem Sieg auch einfach zu weit entfernt. Zwar hatten die Gastgeber die Meisterzeit über die Spielkontrolle, doch brachte der S04-11 mal wieder keine klaren Torschancen zustande. Die einzige Großchance endete im 1 zu 1 Ausstreffer durch Simon T. Rodde. Rodrigo Salazar war insbesondere in der ersten Stunde der beste Knapper auf dem Platz. Gramozis merkte nach dem Spiel dennoch an, dass er sich von ihm einen anderen Ansatz gewünscht hätte. Ab der 60. Minute wurde es wild. Wir waren zu hektisch, hatten viel mehr Ballverluste, weil wir zu schnell nach vorne wollten. Recht einfach ist, das auch zu deuten, dass er den 22-Jährigen vor allem damit meinte. Der Coach weiter, er ist ein junger Spieler, muss auch dazulernen. Er hat in der ersten Halbzeit wahnsinnig viel investiert. Ich habe lieber Jungs, denen man sagen muss, Energie behalten, damit man auch in der zweiten Halbzeit nachlegen kann. Das traut der Salazar zum Schluss nicht mehr zu, weswegen er ihn durch den die Latze ersetzte. Was für mich aber vollkommen richtig war, weil wirklich Salazar ab einer Stunde komplett abgemeldet war. Ein weiterer Spieler, der sonst immer mit guten Leistungen vorweg geht, ist Thomas Ovian. Der stetige Hoffnungsschimmer ist natürlich bei ihm. Wenn spielerisch mal wieder nichts geht, sollen es seine Standards richten. Doch auch dieser konnte Schalke nicht gefährlich vor das Kieler Tor bringen. Heute hatte er nicht den allerbesten Fuß, erklärte Gramozis. Damit fiel sein im Spiel Wichtigste, war von nahezu komplett aus. Weder die Flanken aus dem Spiel heraus, noch die Freistoße und Ecken wurden gefährlich. So blieben schlussendlich von 19 Schüssen lediglich vier, die auf das Tor flogen. Und genauso viel hatten die Störche auch erreicht und damit ein für sie deutlich besseres Unentschieden. Er spielte noch dafür nicht die Kritik an Thomas Ovian vollkommen okay. Ich weiß gar nicht, wo sein linker Fuß gestern war, aber vor allem auch die Ecken teilweise halb hoch. Also da muss schon nochmal wieder was ganz, ganz anderes her, um wirklich mit Ovians Flanken aus dem Spiel und von Standards deutlich gefährlicher zu werden. Eure Meinung zu Gramozis Aussagen gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.